ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen test von mir heute gibt es die vegas vulkanus eine klasse 1 neue von leslie 2014 2015 zu sehen vier stück sind in einer packung und die haben eine gesamte neem von 30 gramm ich hab sie schon gesehen test sie aber noch mal für euch hier habe ich schon mal einen ausgepackt sind nicht wirklich groß aber das muss ja nichts heißen stinken übrigens richtig krass nach schimmel also ich glaube dass die hinten ist geworden sind die packung fühlt sich irgendwie so richtig modrig an drinnen stinkt ich hoffe dass die alle funktionieren und nicht irgendwie verpuffen oder sonst irgendwas wünsche ich viel spaß beim test du musst gleich sauschön für karte 1 wirklich die brenn dauer ist wahnsinn so jetzt noch ein zweiter steige übrigens auch riesig für karte 1 ja braucht man nicht so viel zu sagen also echt hammer für karte eins ja also zurück zu einem fazit gibt es nicht viel zu sagen ihr habt es selber gesehen es ist eine wunderbare klasse 1 neuheit und vor allem meiner meinung nach der beste klasse 1 von der steig höhe von der effekt dauer und von dem finale von dem cracking finale am ende also klare kaufe empfehlung wirklich hammer und man kann sie auch noch das ganze jahr lang kaufen das war's mit dem test bis zum nächsten das war's mit dem test bis zum nächsten mal